Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf den Marsch. Wir ernten Heftal und Gras und machen Silageball. Für Gerste-Ernte ist aktuell noch zu nass, da werden wir noch ein bisschen Geduld haben dürfen müssen. Aber wie gesagt, irgendwann geht es los, jetzt ist es 12.36 Uhr im Spiel, neben den anderen Ballen hier rumliegen, ja und ansonsten sieht es schlecht aus mit den anderen Feldern, das ist ziemlich weit da hinten. Wir haben jetzt Mitte Herbst, d.h. ich glaube nicht, dass die anderen Felder reif werden, d.h. wenn die nicht reif werden sollten, werden wir eigentlich noch eine Aussage beginnen, damit wir noch was kriegen. Das einzig Gute, den brauchen wir da nicht groß düngen, dann haben wir dann, dann kaufe ich eine Seemaschine nur mit Dünger, nur mit Saatgut, wird ausreichen. Aber gut, vielleicht wird es noch was werden. So ein Schnee ernten weiß ich glaube ich nicht dran, könnte auch natürlich die Feuchtigkeitsbegrenzung aufheben, aber das wäre ja Quatsch, das wollen wir ja gerade nicht. Da war eben gerade wie ein, wie ein Glück, ne, dass er eben, dass er gerade einen Ballen fertig hatte, dass er so, sonst, ja weiß ich auch nicht, hat er in den Haufen gefahren glaube ich. Aber so klappt das wunderbar mit den Mähen, das haben wir schon sehr gut hinkriegt mit dem Kurs gleich. Also vier Fahrzeuge zugleich sind auch in ein Feld, das ist super. Dann müsste ich ja, wenn es alleine machen würde, die dreifache, also die vierfache Zeuginnen plus einsammeln, naja. Und wie man hier sieht, ist im Grunde alles weg. Da sind die beiden gleich fertig. Ja gut, kann man sehen, auf Feld 18 war noch was. Was 18? Ich glaub. Wenn wir die noch kaufen. Soja, soweit liegen es rum, ne. Wie gesagt, also der Ertrag ist nicht so berauschend. Aber, könnte ja morgen noch wachsen, aber da liegen auch wieder Regen oder was. Naja. Sonst haben wir nichts zu tun gehabt. Gut, dann sind alle Ballen, die in diesem Weg gestanden wären, weg. Mal schauen, ob der einen richtigen Kurs nimmt. Der Lustiger Steve annehmen. Vom Wenderadius ist ein bisschen eng, aber gut. So hat sogar Fenster auf, noch so warm. Ah, verzrückt, da passt. Und gerade immer so schlecht. Wie gesagt, die Arbeiten ganz sauber, ne. Also, es bleibt fast nichts liegen, ne. So. Jetzt schauen wir mal, was hier in unserem Gerste fällt. Ob der sagt? Der sagt nichts. War noch so feucht. Ach, ne. Das ist nicht gut. Nimmt da auch nicht der Bursche. Ja, das Symbol ist da. Pflanze zu feucht ungefähr. Das ist 13 Uhr. Schlecht. Verband aktiviert. Gut, dann machen wir es korrigiert. Dann brauchen wir noch Abfahrer. Ja, wo ist der eigentlich? Hänger sind da. Ein LKW ist da oben, dann müssen alle hier sein. Jetzt besuchen wir mal die Kühe. Dachkühlchen. Na ja. Da ist er doch. Irgendwann muss ich ja losgehen, ne. wieder. Mit der Gerste. Mit der Gerste. Mit der Gerste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich werde wahrscheinlich bei drei Tagen beibleiben, zur Zeit können wir gar nicht anders, Kühe, ja alles da, 0,7, die nächsten können auch mittlerweile 0,5 gut immer noch feucht, weil wir müssen sehen, dass wir jetzt auch die Aussage vorbereiten, wenn das wenigstens für die Ernte erledigt wäre, dann können wir mal Raps aussehen zum Beispiel Ich bin nur gespannt, ob das überhaupt was wird in den anderen Feldern. Mit der Gerste wird nur optimistisch, dass heute noch mal trocken wird. Deshalb haben wir das, halb zwei. Mal den Deckel zu, weil es zu feucht ist. So, der Erste ist fertig. Deswegen wird gleich hier, weil der ist ja... Schaden 3,2, Traktor 2,7. Dann weiß ich nicht genau, ob der andere entsprechend... So, dann gehen wir gleich auf den Falten im Rau. Er wird der 24 oder 18. Geht auf die 24. Da ist es um die Ecke. Der andere ist ja, kann man den Kurs löschen. Dann werden wir hier auf ein Fahrzeug machen, auf dem kleinen Acker. Solange kein Frost ist, können wir auch im Winter flügen. Ja, hier ist noch so ein Feld, was wir später mal ernten konnten, wenn das reif wäre. Ja, aber... Sieht sogar aus wie Raps, oder? Oder... Soja? Weiß gar nicht jetzt genau. Jedenfalls sieht es zeitlich schlecht aus. Ey, Folge Freitag! Freitag-Folge! Schönen Freitag! Hoffentlich habt ihr bald Wochenende. Ich will mal einen Bagger holen und die Straße drunter setzen hier. Ein Deich ohne Funktion. Man könnte flüchten, wenn man jetzt zu viel Wasser hätte. So, da sind wir. Wie fahren wir am besten? Mal schauen, wie das uns ausschlägt. Ich... Da erst mal... Zwei. Eine. Ja, das sieht gut aus. Hier werden wir zwei Fahrzeuge fahren, ein bisschen zu eng. Den Kurs werden wir gleich mal speichern, weil das ist nämlich so eine Sache. Der ist neu. Äh... Welt... Ich glaube aber 24. 10. 20. 21. 20. Dann brauchen wir nicht lange suchen nachher, ne? Feucht? Feucht. Der hat ein bisschen mehr Scham, ja. Aber auch... Ja... Mähwerke. Mut nicht bedeuten. Wir fahren jetzt auf Feld 18. Dann werden wir Feld 18 kaufen. Weil wenn die Feuchtigkeit so bleibt, dann passieren wir uns jetzt eine goldene Nase mit Grasballen. Dann werden wir auf die anderen Wiesen keine Felder, kein Gras mehr aufsehen. Das sind so gut wie ausgeschlossen. Wir wollen ja auf andere Erden reinfahren, ne? Das bringt jetzt nichts. 14 war ein guter Versuch. Denn die werden ja nicht reif. Feld 19 gewerbt mir ja nicht. Aber Feld Nummer 27 schon. Das sieht... Ja, wie traurig aus. Ist immer noch feucht. Scheiße. Entschuldigung, scheiße. Aber mit Thiessen habe ich gewollt. Und alle. Hier starten wir voll durch mit Silageballen. Und dann können wir dann später... Entsprechende Felder kaufen so im Frühjahr. Vielleicht gibt es auch... Paar gute... Also 16 wäre perfekt. Wenn das morgen der Rest reif werden würde. Dann muss so viel Geld haben wir da nicht mehr. Dann machen wir gleich vorne den kleinen Feld hier, das kleine hier. Die Raps ist genau zur Hälfte reif. Und die halten natürlich nicht. Wie gesagt, das kann nur passieren... Passiert sein mit dem Schlafen. Andere Erklärung habe ich dafür nicht. So, ne, halten wir mal löschen. Dann... Erstmal kaufen, ne. Bei uns wird ab nichts. 26. Kostet ja nicht so viel. Und gleich die 18 kaufen. Wir sind ja auch da. Trocknen er halt noch nicht da. 1. Ein Fahrzeug... Klapp auf, Junge. 2. Soll noch 1.10 sein. So, liebe Zuschauer, das war es, freut mich, danke fürs Reinschauen, da seid mal süß und winkig, und tschau, bitte nicht, tschaui.